Jo Hey Youtube Nächste Folge Ich kann nicht mitzählen, aber ich glaube es war ein paar 22 Versprechen paar 42 müsste es eigentlich sein Und ihr seht hier schon Chat Ich hab mich ganz oft, also ich hab mich, ich hab so gemacht Nicht nur du Ja, er jetzt auch Hallo hier so, Slash Warum kann ich hier nichts mehr eingeben? Hallo Ich will jetzt was im Chat angeben können Ah, jetzt geht's wieder Ich hab immer so gemacht Mich creative gemacht Hier hochgeflogen, weil ihr habt ja eindeutig gesehen Ich bin hier ein bisschen locker hingekommen So, deswegen läuft auch gerade keine Musik Hab ich so gemacht, hab mich runtergesprungen Ich habe es zehnmal versucht Ich habe es einmal geschafft Und jetzt hältst du das weiter Wie peinlich ist das denn? Ja, toll, egal Ja, hätte ich jetzt geschafft Also ich hab's geschafft und ich bin, also können wir jetzt hier weiter machen Nein, wir wollten Wir haben uns aber vorher schon beraten und haben beschlossen Dass wir es mitzumachen Weil wir da keine Bock mehr hatten Ehrlich gesagt, dieses Scheiß-Challenge dazu machen Weil ich hatte es bis dahin geschafft Und unfair, eigentlich hab ich es ja schon geschafft Und das, was das dann so unfair ist, dass ich das nicht schaffe Das gehört ja eigentlich nicht mehr richtig zur Challenge dazu Deswegen sehe ich das jetzt eigentlich Ich hab's ja hier geschafft jetzt ein, zweimal insgesamt Bei elf Versuch ist auch nicht nur so eine hohe Rate Und deswegen muss SupiDupi das jetzt auch einmal schaffen Ja In Survival Aber Ja, und vor allen Dingen, wir hatten das auch Wir haben schon einmal diese Map Einmal Probephase haben wir einmal gemacht Haben das schon mal kurz gespielt So grob die Challenged Und das war noch auf der alten Version Auf der 1.2er Und das war alles Da ist das auch nur da Man wusste ja quasi, dass das da ist Und da kommen diese Feuerkugeln nicht rausgeschossen Und die sind einen nicht an Und das ist das Problem Deswegen haben wir uns jetzt erst erschlossen Weil diese Feuerkugeln da rauskommen Wie am Anfang dachte ich jetzt mal Hä, das ist doch gar nicht wahr Aber das ist wirklich wahr Die Feuerkugeln sind ja nur richtig Dieser Challenge Das singen wir irgendwie auch nicht Ja Bist du, warte, bist du Ja, okay Alter, auf Ich wollte nur gucken, ob du denkstens bist Ich bin auch denkstens So, dann mache ich jetzt Musik Und wir gehen einfach bei Challenge 9 weiter Und ich sehe es jetzt nicht ein Mich irgendwie rechtfertigen zu müssen dafür Weil, ganz ehrlich, man konnte es nicht machen Nö, nö, Mario Mach mal einen bitte nach Weil, weil das, was da gleich kommt, wenn wir abkanken Ich fühl's gar nicht angucken Ich bin schwul Nachbefehl kenne ich ja aus, wenn ich mittlerweile So, wir liegen jetzt einfach weiter mit Ganz ehrlich, jetzt Leute, es tut mir wirklich leid Aber ich sehe, ich hätte Wir hätten jetzt natürlich noch fünf weitere 30 Minuten vor dem Drehen kommen, wo wir das nicht schaffen Also, ich hab's jetzt eben geschafft, war ein bisschen peinlich Aber ich, ich fühl's euch jetzt auch nicht voreinhalten Ich bin jetzt ehrlich zu euch So, und jetzt mache ich Musik an Und wir sind ein bisschen fröhlich Und jetzt sieht es auch noch Ich mach jetzt einfach Komm, lade Mach jetzt einfach euer Lied an Mach euer Lied an Das zum Beispiel jetzt So Oh, Endstone ist das, glaube ich, ne? Na, auf jeden Fall Äh, äh Ach, Endstone, Ende Ah, jetzt verstehe ich es Oh nein, komm, jetzt wieder Eggspringer Ich hab ja schon Also, auf jeden Fall, wenn ich das hier mehr mögen Oh, Eggspringer Du kannst Eggspringer so gut Ich kann Eggspringer auch nicht Yo Ich bin schon Der Profi in Eggspringer Äh, wo geht es da? Ach, hier Alter, die Musik drunter war gerade Ach, ist ja auch kein Wunder 100% der Hälterstar Sorry So Hey, hier sind wieder Betten Jetzt schon Ja, ich bin schon Ja, du kannst ja auch Eggspringer Ich kann's überhaupt nicht So, was fände ich eigentlich immer ganz cool mit Eggspringen Ja, du Ja Aber jetzt, jetzt ist, glaube ich, eher derjenige, der vor uns ziehen wird Aber Eggspringer sind überhaupt nicht mein Ding Wo sind die Betten? Wo sind die Betten? Hier Hier, bei mir Wo bist du denn? Da, oder? Wo bist du schon? Wie bist du da denn gekommen? Du musst, ähm Du, äh Wo bist du jetzt gerade? Ich glaube, das ist möglich Da, und dann musst du da jetzt in das Schwarze Loch springen In welches Schwarze Loch? Welches Schwarze Loch? Da in diesem Schwarzen Pfeiler Ich mach's so Oh, okay So geht's auch Was, das ist die Map? Ich hab's getan Ja, ist klar Aber Sowas eigentlich nicht gedacht Es ist mir sowas von egal Weil, es ist legal Da komm nicht wie ins Bett Ha, ich bin Erster Ich hab's gleich gesehen Ich hab's gleich in meinen Augen gesehen Das ist möglich So Du Ich bin ja nicht so Aber ich war Erster Nee Ja, aber jetzt werde ich Erster sein Ja, ich bin mir sicher Ich werde Erster sein Nein Au 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 Aber ich wette, umso mehr Ich will mal irgendwie Viele Adventure-Malse spielen Ganz viele Das ist wirklich ein unendliches Let's Play daraus machen Das wenn wir jetzt zum Beispiel Die zehnte Adventure-Malse, die wir spielen werden Da werden wir nicht so fan wie diese Das kann ich dir jetzt schon schwören Ich hoffe ja, du begleitest mich auf dem Wege Aber nicht, wenn solche scheiße Aufgaben hier kommen Darf ich mal eben machen? Ja, ja, klar Mach du Oh, das ist schwul Ja, sag ich doch Warte, ich guck So lange du mich nicht runter schubst Oh, okay Warte, ich geh mal hier hin Du bist dran Ja, du bist dran Wieso, bist du rausgefallen? Nein Ich doch nicht Oh, mir fällt gerade auf Ich hab keinen Plan, wie lange ich Warte mal Leute, ich muss mal ansonsten kommen, wie lange der die Folge aufnimmt Das sind nur fünf Minuten, okay Nein Nein Doch Fuck Scheiße Mann Da waren die nächsten Metten Er zeigt im Letzter Schwung Was für Emotionen Da waren die nächsten Oh Ah, gut Da? Komm, da rauspray? Ja, komm Das ist ja echt wie es hier gemacht, ne? Nein, die Welt von unten sieht so scheiße aus Sieht von oben sich die Hunde nicht besser aus Wo waren wir da noch nicht, da am Gold? Doch da waren wir am Anfang, da habe ich auch schon nur gefällt, als ich noch alleine war Alleine war das viel langweiliger Oh, Leute, hab das gerade gesehen Ich kann nicht mehr sprinten Das geht einfach nicht Ich glaube, ich weiß jetzt raus, ich glaube, ich habe gesehen, wie ich das angehe, ich glaube, das ist die richtige Art und Weise Oder auch nicht Das ist ganz einfach, du musst vom Block weg springen und dann gleich wieder ran Ja, ich weiß, ich bin mal auf Oh Mann, warum springt du dieser Wichs noch nicht? Richtig, war nicht so auf Das bringt gar nichts Ah, doch Hä, das hat er eben Ja, klar Entweder springt der gar nicht weg Oder der springt erst mal mit 10 Miner weit weg Alter, wieso, wieso das schon Wenn man das ist Ferien Ups Was ist das? Ups, hast du was geschrottet? Alter Das verlassen wir jetzt wieder, ne? Ist klar So, ich werde ich Ja, das war zu viel Lass dich aus Ich will mich jetzt bei dir rächen Weil du das warst Das bildet mich Ich hab den nicht runtergeschmissen Ich weiß, ich weiß, aber ich will, ich bildet es mir ein Nein, Spaß Loll Das wird er dann schon in der Folge sehen Nein, nix Das war schon eher Dieser Sprung ist echt voll kacke Hey, wieso will man das denn schaffen? Mann Meine Finger kriegen schon Krimp Wir Nein, die schwitzen so scheiße Mann, das ist kein Problem mehr für mich Was, das hier? Ja, das ist einfach Hey, wo bist du denn? Hey, wo bist du? Ich bin unter dir gewesen Ach, du bist schon beinhaltig? Ach, nee, doch nicht Nein Du hast doch gesagt hätten zu verändern Nein, ich weiß, wo es geht Ich weiß auch, wo es geht, aber ich kriege es nicht hin Das sind zwei Riesenunterschiede So, ich kriege diesen Scheißen Ich komme davon, wo du nicht hin kommst Also die Sprung, die kriege ich ganz gut hin Aber da bist du viel besser Ich fahre auf der Leiter drauf, glaube ich Oh, pfuh, ey. Alter. 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 Eyo. Tschüss. Das ist schon recht schwer, muss man schon sagen. So, ich hab's schon wieder geschafft. Pets. So, dann musst du mir wieder irgendeinen Bug aussuchen. Ausdenken. Mist, ich hab ein Problem. Erzähl dein Problem. Geiles Problem. Nein, no. Warum funktioniert das nicht? Hä? Das ist zwei Blöcke. Das ist ein Gang. Das sind zwei. Der ist zwei Blöcke hoch. So. Und dann muss ich da halt springen. Los, wenn ich sprinte, komm ich da oben gegen. Und wenn ich nicht sprinte, komm ich auch da oben gegen. Das verstehe ich grad nicht. Aber das werde ich gleich sehen. Wenn ich denn jemals... Hast du gesprintet um diesen Block rum? Hä? Wie hast du das denn geschafft? Ich springe da gegen den Block. Und wenn ich nicht gegen den Block springe, dann springe ich dann so weit, dass ich da nicht wieder rankomme. Machst du was mit er? Ja. Lass er mal weg. Denn dann springe ich gar nicht erst. Denn dann falle ich gleich wieder runter. Weil ich dann nicht mit er festhalten kann. Dann rutsche ich ab von der Reiter. Mario! Alter! Alter! So, und hier komme ich nicht weiter. Äh. Hey, Mann, das geht nicht. Okay, das geht auch nicht. Macker, meine Finger schwitzen gerade so, weil ich mich grad... ...so tierisch... ...anstrengend, vor allem ich zerdrück die Maus gerade. Oh, sorry, ich hab mich vorgedrängt. Oh, da ist mein Preis. Sieht voll komisch aus, wenn man nach oben guckt. Dann... Boah, Mann, Alter. Oh, scheiße, was ist denn jetzt los? Der ist nicht mehr gesprungen. Oh Mann, ich muss mal gucken, wie lange wir auch nehmen, weil ich hab gerade mein Startpunkt nicht angefangen. Und... ...11 Minuten. Oh, komm, ein bisschen quenner. Okay, jetzt rutsche ich noch meine Leiter ab. Der Mod, also mein Minimare-Mod muss man noch fahren, weil man gleich alle Vapons rufen kann. Hat er den nicht? Ich dachte... Nein, hat er nicht. Oh, was ist das denn jetzt? Weil ich jetzt kein R mal drück. Au, au, au. Zipi, do we fell out of the world. Okay. Also, ähm... Wir werden noch weiter kommen, ob wir Bugs finden oder ob wir Realität machen. Und guckt euch das mal an. Aber das ist für uns Posa kein Problem mehr, was nochmal Posa... Ja, egal. Gut, äh, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und hoffentlich seid ihr dabei, wenn es wieder heißt... Let's Play Minecraft. Ja, Fabi, du bist dran. Äh, was soll ich sagen? Magic Jump. Okay. Magic Jump. Ja, basta, aus dem Füß, bis gleich.